Also IONOS ist ja fokussiert auf den europäischen Markt. Wir haben zwar auch Geschäfte in den USA, aber unser Fokus liegt ganz klar in Europa. England ist einer der Märkte, wo wir am längsten schon unterwegs sind. Sind wir auch mit unserem Cloud-Geschäft, sind wir mit zwei Marken. Dort wollen wir natürlich auch unser eigenes Rechenzentrum haben. Deswegen hier der Neubau. Ja, es ist zunächst mal das jüngste. Insofern auch das beste Rechenzentrum, was wir haben. Was heißt das beste? Es ist besonders auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Wir haben eine PV-Anlage auf dem Dach. Wir haben auch an Ränder gedacht, wo wir früher nicht so genau hingeschaut haben. Wir verbrennen keinen Diesel mehr, sondern Bio-Diesel quasi, der nachhaltig ist. Und es ist auch ein besonders sicheres Rechenzentrum, Tier 4 Rechenzentrum, höchste Ausfallsicherheit. Also wirklich ein ganz neuer Standard für uns. Beste Technologie. Es ist nicht so, dass wir alle drei Monate ein Rechenzentrum bauen. Deswegen Blaupausen ändern sich ein bisschen. Aber ganz klar, was wir hier aufgebaut haben, das ist das Muster, mit dem wir auch die nächsten Rechenzentren bauen werden. Wir planen gerade in Deutschland. Dort wird es dann beispielsweise dreistöckig. Aber viele der Konzepte von hier werden wir dann auch in Deutschland übernehmen.